Weiter geht's mit Cyber Citizen Shockman 2 Enuminaise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Cyber Citizen Shockman 2 Enuminaise Peace 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf geht's! Wind News What? Wind News 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, shit! Ja, landest du vielleicht mal? Ja, landest du vielleicht mal? Ja, landest du vielleicht mal? Achievement, Baby! Oh, eine Submarine? Oh, eine Submarine? Oh, eine Submarine? Ach, Fabi, das ist doch alles nicht so schlimm, du. Da sind ja die... Deine Mitbewohner sind ja doch da dankbar, du. Der Fabi, der stellt die Medikamente so gut. Musst halt aufpassen, ne? Darfst nix verwechseln, du. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 BIT POWER UP! Keine Ahnung. Für euch Fußvolk wird es noch dauern. Sagst du, wie es ist, du? 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 Achievement, baby! Sagst du, wie es ist, du? Sagst du, wie es ist, du? Sagst du, wie es ist, du? We charged your attack. T-shirts, Coat Mish. Es ist doch ein Bit Power-Up. Das ist doch garantiert ein Bit Power-Up da oben gewesen eben. Fuck. Fuck. Wie kann ich denn meine Munition verbrauchen jetzt? Gar nicht, ne? Das ist doch ein Bit Power-Up. Collect the Bit Power-Up, wenn ich mal wüsste, wie die aussehen, du. Das ist doch ein Bit Power-Up. Ah, das ist zu schwer für dich, Godrip, hör auf, du. Das ist doch ein Bit Power-Up. Schon wüsste, wie die komischen Bit Power-Ups da aussehen, du. Achievement, Baby. Das ist doch ein Bit Power-Up. Das ist doch ein Bit Power-Up. Obstalat, ein Leben am Limitow, das ist ja die pure Gönnung, du gerade, Herr Godrip, krasse Typ, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Einfache mache der Rieb, ne? Schön an die frische Luft, mit dem Freischneider herumfuchteln. Zack, endlich mein Achievement, du. Da weiß jemand, wie man sich richtig gönnt, das sag ich euch so. Einfach ein Macher, der Reaper. Achievement, baby. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie durch Butter, Mutter Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Digga? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Wegeklatsch, hast ein Problem, Baby? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, die Joystick Jetzt müsste es passen, oder? Ja Waiting for you, Ghalman Die Joystick Oh, guck mal, die GNX Reap 7 Auch wieder am Limit heute Na ja, gib mir zwei Nächte und ich hab ihn Wenn ihr schläft, zack Hab noch so 70.000, 80.000 in petto Ich bin halt aber auch natürlich im Macker, ne? Das habe ich nicht vergessen Achievement, baby Ich bin halt so 70.000, 80.000 in petto Ja, weiß ich doch Ich hab mein Pulver schon verschossen Außerdem wird es ja auch Zeit, dass du mal langsam in den Millionärs Club kommst Hallo Ich bin halt so Das war jetzt aber gerade ein bisschen verpackt. Was sind die Spiele? Ein neues Pixel-Spiel, da gab es schon einen ersten Teil von, nennt sich Cyber Citizen. Es gibt auch Cyber Citizen Schockman 1 und das ist Cyber Citizen Schockman 2. Muss ich da unten durch? Ich kann den aber gar nicht. Vielleicht von unten. Manchmal ist es komisch, wenn man Godmode anhat, ne? Ah, ok. Beide Knarren kaputt schießen. Das wird es wahrscheinlich sein. Jetzt muss er sich nur irgendwie mal darüber bewegen. Ich komme gar nicht da hoch. Jetzt. Stell dir mal vor, du musst so ein Krampfe regulär durchspielen. Hätte ich schon längst Krätze gekriegt, du. Ich sehe jetzt gar nicht, wo ich dem Schaden machen könnte. Ich kann doch nicht hier vorbeispringen irgendwie. Ich sehe jetzt gar keine Treffelzonen mehr irgendwie. Da oben. Lol. Na, da muss aber erst mal drauf kommen, oder? Trotzdem fehlt hier irgendwie ne Treffelzone. Ah, jetzt. Guck mal. What the fuck? Das ist ein Problem, Digga. Einfach ein Maredo. Achievement, Baby. So, jetzt müssen wir das mit den Power-Ups noch hinkriegen. Okay. 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 Das ist ein Teil, der Ame. Okay. Damit kann ich nicht mehr sein. Aber 50iger ist krampfe. Nein? Okay. Wir müssen das feststellen. Am besten mit New Game und Power-Ups Disablen, vielleicht Sordo. Cast, Tazuke, Ben, Reap, Reeper, Geriebt, Gerippt, Stopperep, Feinripp. Oh, wir haben es ja geschafft, Ben. Ich habe ihn gefangen. Du, ich habe ihn gefangen. Du ahnst es nicht, Digga. Kannst du glauben, du? Das gibt es doch gar nicht. Wie kann man das denn vorspuren? Gar nicht, ne? Naja, Credits, Ehre, wem Ehre gebührt. Also, mal ein neues Spiel gleich anfangen. Und dann machen wir den Cheat aus für die Power-Ups. Man kann auch mal was ohne Cheats durchspielen, Reep, ne? Thank you. To be continued. Schön, schön, schön. Ich auch scheiß drauf, solange es Cheat gibt. Hallo? Hallo, hört das jetzt mal auf? Ich kann schon ganz drauf, bis battung. Ich kann es auch noch nach. Wenn ich es auch nicht gesagt, aufdicoll�. Ich habe schon Fighting. Seh, sage ich mal, es geht einfach mal. Ich habe mich nach den disfruten, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn dann Power-Up? Verstehe es nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich weiß nicht, was der meint mit Power-Up, du ohne Scheiß. Jetzt haben wir doch das Infinity-Bit-Zeug aus. Bis zum nächsten Mal. Collect the Bit Power-Up. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank. 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 Da sind diese roten, guck mal. Vielen Dank. First. Reingehauen, Reb. Viel Spaß im Garten. Ne, die harte kommende Garten, ne, nicht vergessen. Vielleicht liegt's da dran, du... Chow, we have two bit power-ups. ... 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